Herzlich Willkommen zurück in Minecraft. Heute in der Minecraft Welt Shadowforst in der neuen 1.7.10. Und der Schmersch hat gesagt, der will heute auch noch vorbeigucken. Das ist wahrscheinlich auch am Ambro-Tisch. Irgendwas am Rohstoff, was man jetzt mal hier schon melzen kann oder ist auch nacht, vielleicht soll man mal schlafen gehen. Wir gehen mal schlafen, von her. Hush, hush, ab ins Bettchen. Hush, hush. Oh ja, bitte mit Rolldeck, ist es so kalt. Ja, so kalt ist es auch noch nicht. Man kann es gar nicht übertreiben. So. Okay. Jetzt kriege ich mir trotzdem noch. Mal gucken, haben wir noch irgendwas... Ne, jetzt hat es auch gehört. Haben wir noch irgendwas an Rohstoff, die man schmelzen kann? Ja, Aluminium-Kies. Aluminium weiß nicht, was wir machen können. Aluminium-Erz haben wir. Kupfer-Erz haben wir. Zinn-Kies haben wir. Hm. Da bräuchte eigentlich mehr Sohne, ne? Durch andere Sachen. So, wir haben den Reisepad. Ich habe schon mal Redstone. Okay. Das nehmen wir mit. Das packen wir halt auch erstmal hier rein. Mal gucken, wo wir ein Eisen finden. Ja. Halt. So. Und hier nochmal hinten rum. Wollen wir mal den Hafen angucken. Da war man ja noch gar nicht gewesen am Hafen, glaube ich, ne? Das ist hier. Das ist jetzt zum Hafen. Das ist blöd. Hier geht es zum Hafen. Ui, hier ist ein Schiff. Darf ich vorstellen. Das ist die Seekuh. Ein Schiff? Cool. Ui, toll. Ich bin ins Wasser geplumpst. Klasse. Ich will mal wieder rauskommen. Möchte hier rauskommen. Hallo. Danke. Ah, da liegt... Ich kann ja nicht nur weggehen, ja. Geht wohl Schucki? Wo war die Brücke hier, wa? Wolle mein, klar, zum Endhorn! Da wirst du. Oh, hier ist jemand. Ich bin der Captain. Mhm, okay. Oh, der Handel will fassen. Interessant. Okay, gut. Alles klar, auch geguckt. Hm, gerne. So. Nein, gucken wir mal, wo waren wir denn? Ah, ich hab' ja so rote Striche hier gerade, die sehen ganz merkwürdig aus. Geh' nochmal kurz raus. Wieder mal rein. Bin gleich wieder da. Ist ja ganz merkwürdig. Muss das eigentlich so? Jetzt ist es besser. Wo bist du? Hallo? Schucki und Orientierung sind. Wo hat sie eine Karte? Ja, in der alten Welt war das Folge 44. Schucki nach Hause bringen. Mal gucken, ob wir noch was Eisen finden. Wir brauchen ein bisschen Eisen, ne? Was platzst du denn hier so? Hier ist Schleim. Oh, ich bin am Schleim. Lass ihn da im Leben. Ein Stück vom Schleimbäumchen. Ja, okay, lass ihn da im Leben. Ein Stück vom Schleimbäumchen. Ich seh' grad, ich hab' gar nicht mehr so viel zu fressen dabei. Ja, dann hier, warte. Kann dir was gehen? Ja, jetzt gehen wir erst mal mehr hier. Hol dir auch Bären, damit kannst du dir auch überbrücken. Ich hab' ein paar Bären, ja. Ob es ja irgendwo so ein bisschen Erz gibt. Oh, die Schildkröze. Ja, das muss Schildkröze sein. Ist eigentlich da ein Reisebettchen mit? Hab' ich alles mit. Sehr gut. Vielleicht sollst du noch was zu futtern? Ja. Okay. Kann dir aber auch gleich was abgeben. Ja, jetzt gehen wir erst mal. Irgendwo hinten hat man schon was gefunden gehabt, ne? Kann das sein? Hier hinten irgendwo. Ich weiß das auch nicht mehr. Aber hier unten irgendwo. Ja, hier waren wir dann irgendwo, oder? Ja, hier bin ich ein bisschen Bärenstall. Kann man schon mal mitnehmen, Bärenstall. Oh, jetzt sehe ich schon mal eine Hacke geballt kann. Ich ballte ein Geist auf. Ich hab' hier Eisen gefunden. Schon mal ganz gut. Das Eisen nehmen wir schon mal mit. Oh, hier ist auch noch Eisen. Klasse. Ich hab' hier noch mal wieder raus. Warte ich nicht, ich hab' nur zwei Eisenbären bekommen, die kann ich nicht mehr. Ich hab' zwei Eisenbären. Ich hab' zwei Eisenbären. Ich hab' zwei Eisenbären. So. Komm, wir gehen nochmal wieder zurück. Dann schmelzen wir die Sache erstmal in der Zinkerschmiede ein. Ich brauch' unbedingt Eisen. Boom-Building. Da-da-di-da-di-da-dam. So. Wie viel Herausforderung wird noch kommen, wenn wir hier halbwegs gut das Equipment haben. Und wenn wir dann auch anfangen, unser Haus zu bauen. Wenn wir eine Gegend gefunden haben, wo wir bauen wollen. Jedenfalls. Hehe. Das ist ja Voraussetzung dafür. So. So. Wenn wir gleich mal wieder da. Das ist ein dicker Brummer. Die gemeine Stubenfliege. So. Okay. Si-Hula hat uns wieder. Wir sind mit Sicherheit. Wo ist Schuki? Schuki ist auch wohl im Wald. Na ja. Vielleicht hätte ich nicht mehr. Die Karte. Komm gleich. Okay. Du kannst nicht damit du nicht hungern musst. Okay. Na das bin ich gut. Ich schmelze erstmal das ganze Eisen jetzt ein. Besser ist das. Wüsste ich. So. Schmelze rein. Was packen wir da rein? Hier die zwölf Eisen. Mir geht auch gar nicht. So. Ich schmelze das mal ein. So. Nehmen wir hier aus. So. Da sieht der Karte an. So. Da sieht der Karte an. So. Erstmal bin ich noch so ein Gruppchen her. Ich habe jetzt so viele Sachen hier dabei. Dann oben tun. So. 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 So was rein tun. So was. So was. So was. So was. Eisenbär. Eisenbär. Also eine Reserve. Eisenbusch packen wir da mal rein. So was. So was. So was. Bruchstein haben wir. So was haben wir. So was haben wir. Ah. Wolle haben wir. Wir lassen erstmal. Das war reichlich. So. Ich werde jetzt gleich mal nach oben. Oh der Schmärsch hat das Spiel betreten. Ähm. Ich habe noch Eisen für dich. Für die Schmiede. Praxis. Du kannst es dir mitnehmen. Für die Schmiede. Ja. Na mein Schmärsch. Grüß dich. Hi. Juhu. Willkommen in der neuen Welt. Ja. Und die Karte funktioniert sofort. Wow. Ja. Super ne. Mhm. Ich bin jetzt die Schmiede nicht mehr. Oh man ey. Da war sie. Und ihr braucht Redstone. Redstone wäre nicht verkehrt. Ja. Redstone wäre gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen hier. Ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen hier. Ich. Ja. Ja. Kann ich nachher erst machen. Das ist erstmal. Ähm. Da passt nicht zu viel rein. So. Ähm. Du hast noch Eisen. Hol dich mal kurz. So. Wo bist du Schmärsch? Ich bin jetzt in der Stadt. Ich versuche mal mit der. Nach der Mini Karte zu gehen. Und dann. Ah. Sechs Eisen. Ich nehme nochmal mit. Uh. Da ist er. 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 Das Redstone ablegen. Äh. Wo darf ich denn das Redstone ablegen? Wollt ihr eine Truhe denn so nett wärst? Höll. Du siehst aus. Hast du jetzt so einen Start-Track? Ja. Genau. Das Raumschutz ist abgestürzt. Genau. Äh. In die Truhe. Hier in die Karte. Irgendwo in die Truhe rein. Naja. Da habe ich den Schmelzen. 64. 64. Okay. Kann ich mit gleich einen Atlas bauen. Wie. Und wie ist es am Ost-Tor ist ziemlich laut oder? Nach den Bauarbeiten ist alles wieder ruhig. Mal gut ne. Musst du mich auch nicht beschreiben. Ich habe ja einen festen Schlaf. Also dann geht es ja. Ja. Und sonst wie schaut es aus? Wie geht es dir? Ich habe heute Bier gekauft. Gut. Wir. Oh. Und aufgänglich auch. Ich habe das Bierchen gekauft. Und ansonsten ja. Und selbst. Ach ja. Meine Lauscher sind auch wieder frei. Das ist doch schön. Ich höre wieder auf beiden Ohren. Also Stereo. Total genial. Äh. Was waren denn mit deinen Affeln? Die waren verstopft. Ohne Ohren. Ohne Ohren. Waren verstopft. Warst du beim Ohrenarzt damit oder? Ich war damit beim Ohrenarzt ja. Also jetzt. Sehr. Angenehm ja. Wenn die das dann da so rauskratzen. Und naja schön. Ja das ist schön. Das ist auch ein bisschen. So. Ja weil es hat. Ja es hat ein bisschen gezogen. Aber war jetzt nicht schlimm. Also sie die Ohrenärzte meinte man sollte wohl ruhig einmal im Jahr hinkommen. Ja das sagen sie alle. Haben die denn auch so eine Flüssigkeit da rein gemacht? Dass du das einweichen musstest? Nö die haben nur ähm es roch wie so äh Panatenöl glaube ich. Ja das kenn ich. Das ist richtig. Das hab ich mal als Kind. Nö dann sind in die Ohren dann war das schön geschmeidig dann konntest du alles rausholen. Das war war gut. So nicht schlecht. So öffnet alles. Ist ja damals als Kind ein richter Block rausgekommen. Ja die Ohrenärzte meinte bei mir auch. Doch das ist es wohl rekordverdächtig war. Aber ich konnte ja immer noch hören. Aber was ich halt so angesammelt endlich war das letzte mal vor 20 Jahren beworben warst von daher. Da wird mal wieder Zeit. Da wird mal wieder Zeit. Da bin ich auch. So jetzt haben wir hier mal 18 Erze hier. Und noch mehr. Brauchst du noch irgendwas? Brosse Lapis? Brauchst du eine Entropie Scherbe? Was für Schweine Kram? Wo war es überall schon gewesen? Ich habe hier eine Ordnungsscherbe und eine Entropie Scherbe. Das ist alles von TomCraft. Und ich habe noch Bernstein. Aber das hast du wahrscheinlich auch schon. Bernstein habe ich auch schon ja. 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 Es gibt ganz viele lustige neue. Mal zu Tempo. Dass wenn man eine Rüstung und eine Buchse am Arsch zieht. Schön wundervoll dass du komisch zieht. Ja. Und wie gefällt es dir in der neuen Welt? Ach sehr gut. Ich fand es sehr schön dass man quasi so ein kleines Starterpaket bekommen hat. In Form von Bitzhacke, Schaufel und so weiter. Das hat es doch ein bisschen erleichtert. Ja das sowieso. Ich dachte das machen wir mal. Ambus können wir halt bauen. Ambus. Ich habe jetzt immer eine transportable Bergbank mir gebaut. Das ist ja auch ganz wichtig. Jupp. Das kann man ja immer mal gebrauchen ja. Lass mich. Und dann machen wir ja sowas. Und dann machen wir mal sowas. Und dann machen wir mal sowas. Und dann machen wir mal sowas. Und dann hast du ja mal weg da. Pluck weg da. Was denn? Was hast du denn? Ist da ein Problem hier? Na ja ich war gerade am machen und tun. Na ja immer machen. So bitteschön. Das sieht besser aus. Wo hast du denn gebuddelt? Dürfen wir da auch mal ein bisschen buddeln? Auf jeden Fall. Okay. Nehm dir noch eine Reserve Spitzhacke mit. Jo. Da brauche ich mal drei. Eins, zwei, drei. Reserve Spitzhacke. So machen wir mal. So von null anfangen ist ja verdammt aufregend ne? Ah stimmt. Hier in der Truge habe ich noch eine Spitzhacke für dich reingepackt. Ich habe schon eine. Danke. Gibt es noch was zu futtern drin? Ja. Dann nehme ich mal 13 für den 26. So. Geh. Dann darf man bei dir mal kurz mal mitbuddeln wegen Erzen. Ja. Dürfen wir das? Dürfen wir das? Das ist ein Zwerg. Ja. Der ist eine Nummer kleiner. Der Zwerg. Der Knife. Ok. Wo ist der Schmeerschütze hin? Ah der ist in seiner Hütte. Hier ist der Pranger. Ne? Es gibt jetzt auch ein Schiff ne? Im Hafen. Oh. Ich habe ihn gar nicht geguckt. Ja wunderbar. Ja. Hat schon was ne? Ok. Dann gehen wir mal. In der Nacht gehen wir los. Kann man das nicht so gefährlich? Nö. Das ist ziemlich leicht. Haben wir gleich erreicht. Ok. Die Grillen. Schubidubidu. Fackeln habe ich auch mit. Und da. So. Ending. Da lang. 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 Da hat schon was gebaut. Ok. Schubi. Gut. Gut. Schubi. Ich bin doch ein Grundgeschein gebuddelt. Ey. Das ist ja weiter als wir. Das gibt ja wohl gar nicht. Johan. Huh. Links. Genau. Links. Rechts. Entfallen lassen. So hier ist der Garten. Schon mal. Der kommt mir bekannt vor. Ja. Bewährte Technik. So hier fange ich jetzt langsam an schon mal das Treppenhaus zu bauen. Da gibt es Zinnobererz. Wolltest wir es das gar nicht haben? Ja. Ich weiß noch nicht wofür das gedacht ist. Ich auch nicht. Könnt ihr gerne mitnehmen. Ja. Nimm es doch mal mit. Also dürfen wir hier ein bisschen hinter Kauf spielen. Ja. Ja klar. Ach ja. Wie man sieht ist noch alles Rohbau hier. Huh? Rohbau. Rohbau. Oh cool. Was ist das denn hier? Das ist ja cool. Ein wässerchen. Fließend Wasser. Cool. Das heißt du willst in der Nähe hier dann noch wohnen bleiben. Ja. Ich könnte mir vorstellen. Ja. Dass das so bleibt. Also jetzt hier. Äh. Was hast du schon wieder gebaut? Das gibt es da gar nicht. Ja. Vielleicht hat das vielleicht eher Feierabend wie du. Eher zu Hause wie du. Cool. Also man kann jetzt hier runter gehen. Aber hier habe ich es noch nicht so weit erforscht. Ne. Genau. Hier war das gar nicht so weit. Hier hinten ist Ende. Der ist genau. Dann gehen wir mal in eine andere Ecke. Oh. Vielleicht gibt es da was. Ja. Könnte gucken. Ich buddeln mal. Aber. Hochstaben brauchen wir eh so ein bisschen was. Irgendwas an der Art. Mit der Höhe sind wir denn überhaupt. Einmal zu. Kann ich einen gleich daneben vielleicht buddeln? Ich will gleich mal schon. Ich kann noch mal tiefer runter gehen. Von Stufen. Hm. Hm. Ich habe ein Stück Körperkorn in den 10. Oh. Ich habe wieder gut gepürzt. Ne. Ja. Genau. Wie das gehört. Darf ich mich auch mit ausfassen? Oder? Ja. Sicherlich. Tut dir keinen zwangern. Okay. Tembo oder wühlt da? Dann wühlt da. 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 Dann wühlt da hier. Schon dunkel. Bin ich froh, wenn ich erst das Tinkerswerkzeug wieder habe. Da kann man sich daran gewöhnen an so ein Tinkerswerkzeug. Dann habe ich mir gut gewöhnt. Weil dafür brauche ich dann auch erstmal wieder Smaragde und Diamanten. Oh ja hab ich ein Stück Wasser gefunden. Bissarchien. ich hab's zugemacht hat er seitdem ich habe steinsalz wiedergefunden steinsalz gefunden der winter kann kommen streusalz gefunden richtig wir müssen bei elsa nochmal die lampe auswechseln ja machen wir elsa guckt nur mit einem auge so liebe leute wir sind auf ebene 9 und wir haben nichts gefunden ok hacke kaputt aber ich habe ja noch jede aber nichts gefunden hier bin mal gespannt also ich habe ja geschrieben aber das ja manchmal so komische geräusche im werk sind ja so dass also vielleicht hört ihr das ja auch das ist so ein ganz komisches geräusch ich höre gar nicht das ist auch ganz selten also es kommt wieder vor das hört sich dann aber echt nicht schön an das ist ein erz noch mal eisen erz noch mal eisen erz noch mal eisen erz der ersten tickers werkzeug aus eisen macht muss man auch ein bisschen was zum reparieren immer in haltbarkeit und so ich glaube ich aktiviere den shader irgendwie wieder da blende ich hier unten im berg das denn hier bernstein erz toll ich habe nichts weiter gefunden hier auch so ein bisschen eisen als habe ich hier nichts gefunden kein rest und kein gar nichts ich habe erler gefunden ganz selten er ist voll cool ich habe noch mehr erde gefunden cool und kohle nehmen wir auch mal mit ohne kohle ok ok und ich meine andere richtung mal nein böses feuer böses feuer böses feuer ich habe lava gefunden ganz schlecht ich habe keinen eimer wasser dabei das ist doch das ist doch immer mein glück habt ihr sonst noch so gefunden ich hatte hier noch ein bisschen eisen aber ich kann nachher nochmal in der andere ecke zeigen da war es eigentlich von den ergebnissen ein bisschen besser da können wir auch nochmal vorbeischauen in der andere ecke der höhle bernsteinerz finde ich mal retzton hier unten auf dieser ebene ach ich finde ja gar nichts kein diamanten kein gar nichts ich habe kohle gefunden das geht ja auch noch ich habe mal irgendwo hier ein sie sieht sie mit das ist von taum kraft haus ist immer gut die techniklauncher ist ganz viel einfacher zum installieren super das ist genial ich habe jetzt enorm viel kohle gefunden das hilft mir auch nicht weiter hey eisen eisen ist immer gut das nehme ich gleich wieder mit dir ist eisen mitnehmen wer weiß für was man was gebrauchen kann ich habe mal wieder eisen sechs eisen habe ich einen haufen an kohle habe ich ich habe einen zinnobererz keine ahnung für was man das braucht kohle habe ich reichlich welcher würde jetzt eigentlich bauen wo wir hier kommen wo ist das ätzend doch man da muss ich gerade ausbauen ich nehme es erstmal mit schon wieder machen wir nicht hier ich habe kies gefunden ganz was tolles noch mehr kies noch mehr kies kies ist doof da wurde ich nicht weiter ne habe ich keine lust zu die Decke ist doof wo bin ich denn her gekommen ich glaube von da von da dann bin ich von da von hier von dort aluminium erz ok aluminium erz brauchen wir noch wo bin ich da wo bin ich da wo bin ich da wo bin ich mal hier mal rein oh sehr gern mein ax ist gleich hinüber Ich habe Golderz. Das ist gut. Da können wir die ersten Tinkers vormachen. Danke. Wo sind wir denn gekommen? Oh, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Dann geht es nicht weiter. Ich mache das Ganze in meiner Nähe laut Karte. Ich weiß aber nicht, wo. Ja, ich glaube, ich bin über dir irgendwo. Das ist über mir. Ja, ich bin noch ein bisschen oben geblieben. Oh, hier kommt auch wieder so blöde Sachen. Das ist ätzend. Halt, hier war doch gerade irgendwas. Licht. Eisen. Eisen ist ganz wichtig. Ich muss mal hier Eisen mit. Sehr gut mitnehmen. Irgendwas blubbern. Oh nein. Au. Ich bin tot. Das konnte ich nicht sehen. Da war Lava drunter. Scheiße. Oh. 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 Ja. Ja. Ich konnte es doch nicht ahnen. Ich habe nach unten abgebaut. Ich blöd Mann. Ich stand direkt unter mir. Sollte man nie machen. Okay. Ach. Ich muss das Essen einpacken. So. Dann müsste er mir mal helfen, wo ich hin muss. Ich komme schon noch raus. Oh mein Kacke. Ah. 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 Hörst du mal dem Thermologista Fita drin. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg.